Die 5 besten Waschtische mit Unterschrank in 60 cm Größe Ich habe vor kurzem den SoBuy FRG 128 SG Waschbecken-Unterschrank für mein Badezimmer gekauft und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der Badschrank ist sehr geräumig und bietet ausreichend Platz für meine Badezimmer-Utensilien. Der Unterschrank hat ein modernes Design und eine dunkelgraue Farbe, die perfekt zu meinem Badezimmer passt. Das Fußpolster ist auch sehr bequem und sorgt für zusätzliche Stabilität. Die Mondhage war auch sehr einfach und unkompliziert. Alles in allem kann ich diesen Badschrank sehr empfehlen, wenn Sie nach einem qualitativ hochwertigen und stilvollen Schrank für Ihr Badezimmer suchen. Ich bin sehr zufrieden mit dem SoBuy BZR 40 W Waschbecken-Unterschrank. Die Lamellentüren geben dem Badezimmermöbel einen eleganten Look und die Größe von ca. 60 x 59 x 30 cm passt perfekt unter mein Waschbecken. Der Schrank bietet genug Stauraum und ist einfach zu montieren. Ich mag besonders die weiße Farbe in Kombination mit dem Naturholz-Look. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen würde, der auf der Suche nach einem stilvollen, funktionalen und bezahlbaren Badschrank ist. Ich habe mir vor kurzem den WBC Home Waschtisch-Unterschrank gegönnt und ich bin sehr zufrieden damit. Das Waschbecken mit Unterschrank hat eine Größe von 60 cm und verfügt über zwei geräumige Schubladen, in denen ich meine Badartikel problemlos und ordentlich verstauen kann. Der weiße Hochglanz-Look wirkt sehr edel und passt perfekt in mein Badezimmer. Die Montage war einfach und das hängende Design spart viel Platz. Ich kann den WBC Home Waschtisch-Unterschrank jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem stylischen und praktischen Badezimmermöbel ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf des WBC Home Badmöbels. Das Slim-Design passt perfekt in mein kleines Badezimmer und bietet dennoch genügend Stauraum mit den zwei geräumigen Schubladen. Das Soft-Close-System verhindert lautes Schließen und das Keramikbecken ist von hoher Qualität. Der Aufbau war einfach und gut verständlich. Insgesamt ein toller Waschtisch mit Unterschrank, der mein Badezimmer aufwertet und auch praktisch ist. Würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich liebe mein neues Mändler Waschbecken plus Unterschrank. Das Hochglanz-Schwarz sieht unglaublich stilvoll aus und passt perfekt zu meiner modernen Badezimmereinrichtung. Der Unterschrank bietet viel Stauraum und ist sehr robust und solide gebaut. Die Installation war einfach und unkompliziert. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.